Achtung kommt der nächste Wo 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 wo? Ich bin ja entführt worden ich wurde festgehalten in meinem eigenen auto und jetzt sind da rechts ist noch irgendwas ganz außen wenn du kannst du den markieren ist deine markierung glaube ich ganz außen rechts ist der mit kopfgeld der autobahn also wo lang hier rechts oder was der markierung der markierung kennen sie das wenn ein typ mit scheiß frisurt smells like a bitch shirt mal wieder in den hubschrauber abschießt das ist einer dieser spieler plus 200 mp diese richtung hat er gespudiert gleich das ist eine feuerversperre oh die sind weit geworfen was auf die linke fahrbahn ziehen da kommt er gleich was auf die linke auf die linke jetzt ist er aufroad gefahren aber ist egal fbi nochmal fbi hier stürmeln dann immer im gegentwickler fahrer juhu war tag die wagen okay fahrt euch mal auf unsere fahrgur rechts wieder warum denn ach du scheiße wirft er weit hier eine pussel im polo ich krieg euch ich krieg euch ist das eine straßensperre oder ich kann nicht wieder runter geradeaus weiterfahren weiter er ist links von uns weiterfahren alles gut nein das auto hat platz für sechs personen oder neun oder so okay egal die anderen müssen draußen sitzen ich habe schaden genommen ja ja ich auch die scheiben sind durch nein doch bisschen peinlich an der stelle ich könnte aber mal aufhören zu lecken das wäre ganz nice ist nicht so ich nehme ein paar snacks fuck was weiterfahren weiterfahren immer weiterfahren ja links 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 ne alles gut war doch gut hier oder was doch nein folgt doch einfach der markierung verdammt war geil aus außer dann hast du das problem einfach nur der kack von markierung folgen wir müssen einfach nur der kack von markierung folgen wir müssen einfach nur den snickers martin hey was ist mit meinem snickers jazin ok du musst gleich rechts fahren ja da unten ok ja markierung aktualisiert ich rufe jetzt den bull folgt der markierung lieber doch nicht schwerfällt nein das geht doch schief oh Gott oh Gott ich sterbe was ist das da unten für ein Auto keine Ahnung geil hier bin ich oben ok jetzt sind wir weiter weiter aufs Ziel zu Achtung sie schießen auf mich du scheiße was ist da vorne los oh verdammt ich bin raus Leute ich bin raus weiterfahren weiterfahren fahr das geht nicht wir sind schon längst tot gar nicht fahren mir gehts eigentlich voll gut mal ne neue markierung erst auf die Autobahn die haben eingesehen dass ich für den 360 kann und rechts 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 oh Gott oh Gott boah ja was rechts jetzt folgt der markierung ich wollte nur rechts nicht dass du von der Brücke wegfährst weißt du das hat eben so oh Gott wer weiß wie ich verfolgt henne du holst äh ja klar luftunterstützung ne dann jetzt hast du ja jetzt allzeit der welt los der hat mich mitten in der Kampffahrt zurückgelassen tschau du warst viele Autos ich glaub ich hab meine ganzen Haft noch gebraten eigentlich schade vor allem weil die so teuer sind ich hol Luft zu Borat Borat? der fährt jetzt fort wie geht's krägert der eigentlich? wahrscheinlich mit 1000 oder so oder? keine Ahnung holen willst du sonst eigentlich eh nicht aber ist egal da sind wir da auch mit Spaß da vorne links eben oh nein meine Leute die Markierung Moment ihr habt ja nur die ganze Stadt zerlegt das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht von Bedeutung in dieser Situation oh schieß die Kugel runter ah schade da hat der ganze Straße folge der Straße folge der Straße da das denn die meinen Markierung folgt jetzt hätten wir ihn gehabt Mann das ist nicht schlimm sag mal ach der Faktor wird sich mit den Markierungen auch so ein bisschen was ist hier los? das ist bei der Zahl der Ober 5 Sterne echt? cool haben wir auch nicht jeden Tag ne das ist alles wegen dem Kopfgeld ich weiß nicht ob das jetzt äh ein Bull fliegen ich hab ein Auszeichnung bekommen mit 400 RP was auch immer das war du hast ne Helios angeholt ok tüss weiter geradeaus weiter geradeaus durchbrechen durchbrechen neue Markierung die Markierung mir gehts nicht so mir gehts nicht so erstmal ein Snickers die Markierung buckt weiterfahren immer weiter äh naja du sollst auf der Straße bleiben das hält doch alles auf äh das ist nix ah er hat das Kopfgeld überlebt diese Nummer war umsonst mach mal dann verpass ich ihn doch einfach eins und knall ab egal ich nehme den Ding den Arsch schafft einen Really mach einen Really da vorne ist einer holen wir uns jetzt ja das ist der ja der muss jetzt auch noch bekommen dafür dass es das Kopfgeld holen lassen das ist das lepp trotzig.. oh der holt sich jetzt Motorrad oder was Niemals holst du dir das Motorrad! Ich weiß nicht wo du bist, aber ich schieß mal auf Verdacht! Hüte ihn! Ja! Jetzt hol dir das Motorrad! Nein! Du kannst so viel Hupen wie du willst, der Baum hüpft nicht weg! Fühnt man mir mittlerweile! Hopla! Ah, wo geht's hier lang? Das ist gut, der Richtung ist gut, in dem Fluss wird uns niemand suchen! Wenn wir die Bullen jetzt loswerden, ist es ordentlich AP! Ja? Ja, das versuch mal! Dann solltest du jetzt in die Stadt fahren und gucken, dass du es in den Untergrund schaffst! In die Kanalisation! Da haben wir ne Chance! Dann bitte einen Wegpunkt! Achso, ja, kleinen Moment! Wegpunkt ist in Auftrag gegeben! Ich such's mal irgendwo! Alter! Ich! Ich! Ja! Weißt du, wo du den großen Wheelie machen kannst? Na 8 Meter langen oder so? Wo denn? Ja, das war... Bei dem Militärflughafen gibt's... Und im Tunnel, die ganz lange Brücke, den Tunnel durch und dann auch über die Brücke! Ja! 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 Du überlegst dann immer... Versteh ich den nicht, weil ich blühe! Nicht? Dann denkst du... Nein! Du bist dumm! Er ist schlau! Ich tue dich ja eigentlich! Er ist dumm! Ja! Ich hole jetzt mal ein Flugzeug! Okay! Ich hole jetzt mal ein Flugzeug! Ein Heli! Hallo! Ein Heli! Hallo! Mist! Den hab ich verpasst! Schade! Ah! Was ist das denn? Nicht gut! Nicht gut! So Swat! Oh! Oh! Heli! Heli! Ist es! So Swat! Wir haben einen Rockstar! Wir haben einen Policeman! 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 Du nein! Was willst du denn? Sau Sauber! Neue Heli! Gott! Das ist ja schlimmer wie im Godzilla Film hier! Immer! Geht drinnen! Cooler Stunt! Aber das war gefährlich! Ach Quatsch! Alles geplant! Ja! Alter! Alter! Was für Nummer! 429 auf der Autobahn, ihr Schlampe! Ja! Boah! Alter! Ich hab erst geträmst, als ich auf dem Laster aufgefahren bin! Ja! Mach das! Ihr Deppel! Ihr habt noch eine Minute! Ihr Bitches! Und das soll ich uns nebenbei auf dem Weg zum Flughafen! Aber das mach ich auf dem Weg zur Arbeit auch immer! Ach wir falsch gefahren, ne? Au! 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 Aua! Ich freu so schirr viele Helis runter, es macht so Spass! Und jetzt! Und jetzt ist irgendwo da unten der Kanal. Genau der! Und von dem Kanal aus, da weiß ich den Punkt allerdings nicht exakt. Gibt es irgendwo einen Weg seitlich unter die Stadt! Stimmt, ja fahr mal den Kanal, ist gut Ja, wie denn? Ja, fährst jetzt mal hier links runter vielleicht und dann ab jetzt bist du einfach mal flexibel, wie wär's denn damit? Also Zivilisten Ah, das auch Was ist das für eine blöde Angewohnheit, Amokläufern vor die Nase zu fahren? Was ist nur los mit denen hier? Ja, probier's mal da vorne rechts, das ist gut Nein, das ist ja wieder ne Brücke, ne Brücke ist nicht so Hier? Ja, probier's mal hier Genau, durch, ja Ja, runter in den Kanal, nicht neben dem Kanal langfahren Ei, 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 ei Rechts, runter Nicht über die, du kannst auch über die Eisenbahn, aber da kommen wir nicht weit Wasser runter, jetzt hat er es verstanden Nicht ins Wasser? Ja doch, das Wasser ist wach genug, da kommt er durch, da kommt er wieder raus Ja Ich glaube, auf der rechten Seite ist es Nicht die Mama Ja, es ist aber glaube ich auf der rechten Seite, wenn man in die Gegenrichtung fährt Da musst du aber erstmal, ich glaube wir sind schon zu weit, oder? Fahr einfach und mal Hier hört's auf Ja, hier hört's auf, dann umdrehen, umdrehen, umdrehen Ich schieß Wasser, ich hab Wasser schießt Ach, Quatsch, bei dir nix Und jetzt rechts oder links? Äh, ich weiß nicht, ich fahr rechts Da wo die Polizei herkommt, ist immer gut Links, links, links Okay, der fährt das andere rechts Seh ich schon Ist das was? Ist das was? Naja, das ist mir zu klein Wäre es da gewesen? Nein, das war mir zu klein War es aber, oder? Genau, fahr einfach bis zum Ende durch Hier? Nein, das ist mir auch zu publisch Also wir sind da schon Polizei drin und wartet Ich glaube, sag ich Da wäre noch was drin? Nein, die mag ich nicht Die mag ich alle nicht, die so aussehen Wir sind übrigens schon links Fahr weiter Fahr, 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 ich habe vor dir Nur weil das mal kurz aufhört, heißt das noch lange nicht, dass wir durch sind Es blinkt kurz nach, ja So, ich glaube, wenn wir hier ins Ende fahren, können wir auch irgendwo links Bevor wir hier abschmieren Oh, jetzt wird's eng Weiter, 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 weiter Da links rein, da links rein Weiter? Ja, da links rein Weiter, weiter, links rein Da, da Da rein Da rein Verpiss dich, Nigger Verpiss dich Und weg Dem Straßenverlauf folgen Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ha? Ach Quatsch Ja, ich glaube, die ganze stehen bleiben, oder? Ja, solange wir noch aufm Radar blinken Jetzt können wir langsam, aber fahr ruhig noch ein bisschen weiter rein Ja? Ja, ja Der Tunnel geht ne Weile Okay Je tiefer wir drin sind, desto sicheres ist ja Ich bin auch im Tunnel So, aber ich glaube hier, ja, hier können wir jetzt mal ruhig ein bisschen chillen Ich bin entspannt mal mit dem Hubschrauber hier reingedruselt Hol euch ein Solange du keine Polizei mitbringst So, und jetzt sind sie ganz fürchterlich nervös hier über uns. Wo sind sie denn? Ich verstehe das nicht. Die sind verschwunden. Ich habe noch nie gemerkt, wie viel RP es gibt, wenn du fünf Sterne wegkriegst. Das wäre jetzt schon mal ziemlich geil. Wenn jetzt so ein verkloppte Heli kommt und in uns reinfliegt und alles in die Luft jagen. Hä, wo seid ihr denn hier? Ach, da irgendwo. Und wehe, du schießt jetzt den Heli ab. Das wird nicht schossen. Soll ich blitzig hier reinlotzen oder was? Der kann doch nicht mit dem Heli reinfliegen. Nein, ich bin mit dem Heli genau in den Eingang geflogen und gerade auch so ausgestiegen. Ja, es flinkt schon mal kurz ab. Ich glaube, das würde er ja auch anzeigen. Es flinkt ganz stark. Ja, es flinkt jetzt schon eine ganze Weile. Wir haben gute Chancen. So lange geht es kein Erschließungsraum. Sehr gut. Um Aufmerksamkeit hier wieder zu überregen. Ja! Fertig, aber es gab nicht viel. Es war nicht viel. Mein Bild steht, bei mir gibt es gar nichts im Moment. Gar nichts bekommen? Ich auch nicht. Es gab keine Anzeige. Ich habe ein bisschen was bekommen, aber nicht viel. Warte, mit Fahrrad. 500 oder so. Okay, nicht schlimm. Fahr rückwärts. Was? Hallo! Hallo! Ich bin's! Juhuu! Das Reflex! Ich hab dich auch geschossen. Er hat gezogen und hab geschossen in dem Moment. Das war die scheiß Feuerwerksrakete, ihr Penner! Das war doch Feuerwerksrakete! Wenn er noch weiter reinfällt, kommt er wieder raus. Ja, fahr weiter. Das wusste ich doch nicht! 10 Minuten, was esse ich kurz was? Und dann hab ich noch eine schöne Zeit. Dann machen wir noch was Sinnvolles. Sinnvoll. Wir in GTA. Der Mann hat so'n Humor, ist ziemlich ausgefallen. Geht's da irgendwie hoch, oder was? Probier's mal aus. Nö. Schade. Schieß mal gegen die Gasleitung, Dami. Timo. Da hinten. Da ist doch was passiert. Das ist eine Wasserleitung, du Depp. Wasserleitung? Schade. Oh, das wird immer eng. Egal, gib Gas. Zieh durch. Es trifft allenfalls nur den Timo oben. Ja. Was? Warte mal, wenn ich die Waffe runternehme, geht's vielleicht. Nochmal? Ja, ist klar. Nee, aber wenn du aussteigst und die Klappe geht oben zu, dann... Kannst du's wegschießen? Kannst du's wegschießen? Natürlich nicht. Die Waffe ist ein Weg. Guck, wenn ich die Waffe runternehme, selbst dann... ... kann man an der Waffe hängen. Oh, das war knapp. Ich bin durch! Ich bin durch! Hey, komm, fahr mich einfach auf der anderen Seite wieder raus. Das war ja klar. Okay, fahr wieder raus auf der anderen Seite. Okay, das ist so cool. Das ist ja immer diese Leute, die denken können über die Grenze laufen. Ja, das sind ja immer diese Leute, die können über die Grenze laufen. Vielen Dank.